Also ein Bühnenbild besteht aus vielen, vielen Einzelteilen. Die müssen dann zusammengebaut werden. Alle Einzelteile ergeben dann ein riesengroßes gemeinsames Bühnenbild und alle Kollegen, die hier vor Ort waren, kannten dieses Stück natürlich nicht und waren dann auf mich angewiesen. Wir haben dann gemeinsam besprochen, welche Arbeitsschritte das Bühnenbild dann zusammengestellt und aufgebaut. 技術指導就是協助舞台設計把它呈現出來. 技術指導就是協助舞台設計把它給呈現出來. 那我們這一場,因為首演的技術指導是德方,所以我們也在跟德方 的技術指導那邊也有做過一些聯繫,那就是盡可能的把整個 舞台設計的呈現做到百分之百這樣子. Ich komme von der deutschen Oper am Rhein und meine Aufgabe ist es, hier im Zusammenhang der Co-Produktion Turandot hier einzurichten, und zwar von der Lichtabteilung her. Portailbreite ist größer, die Höhe, und das muss man eins zu eins erstmal hier in das Haus reinbringen. Das sind so die ersten Basics, was man macht. Und diese Woche haben wir dann die ganzen Lichtposition festgelegt. Und das ist ein Schatzsitzig, der Dickenimetern ist ein Schatzzitzig, und das ist uns die Schatzzitzig zu machen. Und das ist unser Schatzzitzig. Und das ist unser Schatzzitzig. Wir sind mit deutsch und nicht nur noch in May oder in der Hand, noch nicht nur noch etwas, den Lassur zu machen. Und das ist das Schatzzitzig ist ein Schatzzitzig. Und dann war das hier in Hamburg. Und die Rechnung ist unser Schatzzitzig. Und dann war das in der Handreich. und die Dinge, die sich für die Welt verabschieden zu verabschieden. Wenn die Raum ein bisschen einfacher ist, dann wird die Raum ein bisschen größer. Die neue Welt verabschieden, die in den ganzen Spielen, kann man mit den Spielen oder den Spielen mehrmals herausfinden. Die Raum muss man komplett verabschiedet werden, und in den Bildern. Man muss man die Ausstellung aus dem Bildern. Und dann kann man sich nicht mehr verabschieden. Untertitelung des ZDF, 2020